Hallo, es ist Winter, ihr seid in Bad Larsfe und habt Lust draußen etwas zu unternehmen, dann ist das Video hier genau das Richtige für euch. Im folgenden werden wir euch 5 Orte in der Nähe von Bad Larsfe vorstellen, an denen ihr jegliche Wintersportarten ausüben könnt. Hier eine Karte von Bad Larsfe und Umgebung. Beginnen wir mit Hesselbach. Angekommen am Hesselbacher Gletscher, schneidet ihr euch die Skier an und fahrt direkt die erste Abfahrt kostenlos. Abfahrt! Hier ist auch das Fahren unter Flutlicht möglich. Eine Stärkung könnt ihr euch an der Skihütte abholen. Kommen wir zum nächsten kleinen aber feinen Ort, Sol. Hier ist Langlauf möglich und außerdem finden dort regelmäßig Wettkämpfe statt. Jetzt geht's weiter zu Sackweife. Da könnt ihr Schlitten fahren und eine Abfahrt inklusive Sessellift haben. Verpflegung gibt's hier am Roten Pfeil. Weiter geht's mit Klein Gladbach. Auch hier gibt es Abfahrt für Klein und Groß. Außerdem könnt ihr an Schneewanderungen teilnehmen, Ski- und Snowboardkurse belegen und auch bei Flutlicht fahren. Kommen wir zum letzten Ort, Uggashausen. Das Angebot dort beinhaltet eine Abfahrt, einen Saalumhang, ein Langlaufparadies, Läufen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem Schlepplift. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017